Willst du noch Wasser? Gib mir doch noch mal einen Schluck Wasser. Möchtest du noch einen Schluck Schemwodka haben? Sag mal, du hast doch schon gedreht in Halle vorher, bevor wir Zorn gemacht haben? Dreimal. Ne, also zweimal und mit Zorn dreimal. Und du? Schon mal gedreht in Halle? Ne, gedreht habe ich nicht, aber ich war schon oft in Halle. Echt? Mein Vater ist ja Trainer für Wasserspringen, Kunst und Turmspringen. Also gewesen jetzt, ist er Rentner. Und die haben in Halle ja einen Olympiastützpunkt. Katja Diko und so, weißt du? Katja wer? Wasserspringer. Ah, okay. Olympiastützpunkt Halle. Und da war ich ganz oft in der Schwimmhalle. Es ist in Halle Neustadt, als Kind auch. Die Schwimmhalle ist jetzt nicht die, wo wir gedreht haben? Nein, das war, wir haben ein Stadtbad, im schönen, alten, historischen Stadtbad. Was ist denn ein schönes Bad? Ja, alt. Sagen wir alt, ne? Ne, aber Altstadt, wo du von Neustadt... Du stehst auf die Altstadt. Ich finde die Altstadt extrem cool. Ich finde die, mir gefällt dieser Platz da, weißt du, wo die Kirche ist, wo wir gedreht haben? Und mit der Straßenbahn, die da mal lang gerattert. Wie macht man das bei den Hallorenkugeln? Das habe ich in meinem Leben noch nicht verstanden. Bis man die so abbeißt, dass genau, weil es ist immer weiß und braun. Und das muss doch eigentlich, muss man das doch auch mal hinkriegen, so abzubeißen, dass nur weiß ist. Immer weiß und braun. Ich stehe ja auch total auf die Saale. Saale? Ja, das ist für mich der schönste Fluss Deutschlands. Jetzt ehrlich, wenn ich die Bahn langfahre, die Saale, dann schlängelt die sich immer so, die meandert so an mir vorbei. Und dann fühle ich mich ganz romantisch. Dann denke ich an Heine. So ein bisschen wie an der Papiermühle unten. Wo du zu laut war, ne? Mit diesem Wasserfall quasi. Wirst du nicht auch eine? Ja, später vielleicht. Musik jetzt? Ja, okay, komm, eine. Soll ich auch so abweißen wie du, damit wir es sehen? Ja, klar. Scheiße, das kann doch wohl nicht wahr sein. Du möchtest das mal so schaffen. Ja. Was soll ich sagen? Du bist saundroof. Wer kann, der kann. Ne, die Mühle war cool. Was soll das? Aber ganz ehrlich, ich finde die Kirche, die Kirche finde ich am geilsten. Weißt du, wo da oben da oben war? Na hallo, da oben an der Kirche? Ich muss ja so tun, als wäre hätte ich keine Höhlenangst. Das ist ja von der Kirche da oben, ne? Sieht man das gut? Ne, ist schon schön, wirklich. Der Mix so aus, wie gesagt, Altstadt und halt hier die Neubauten, weißt du, die Wohnung von mir. Der Blick dann so Richtung Hügel und so ist schon geil. Das hast du nur immer. Ja, das ist schon cool. Weil meine Lichtenberger Plattenbauten und dann auch noch in so einer schönen Gegend mit diesen Bergen und dem weiten Blick. Ich wohne ja leider in Berlin. Du kannst immer noch rumziehen. Aber hallo könnte ich mir auch vorstellen. Wollen wir Film gucken jetzt? Würde ich sagen. Oder? Ja. Okay. Film ab. Film ab. Film ab. Film ab. Vielen Dank.